Anwender von Snapcore First haben die Möglichkeit, eigenständig die Inhalte ihres Mitteilungsfensters auf Felder zu kopieren, um diese dauerhaft zur Verfügung zu haben. Diese Aktion finden Sie bereits vorprogrammiert auf den Seiten Meine Listen über die Kernwörter, darüber hinaus auch in den Kommentaren unter Meine Sätze. Sie können diese auch am oberen Rand in die Leiste des Mitteilungsfensters hinzufügen, indem Sie ins Bearbeitungsmenü geben und dann hier den Stift auswählen und die Aktion in Feld kopieren auswählen. Darüber hinaus haben Sie auch die Möglichkeit, auf jeder beliebigen Seite ein Feld so zu programmieren, dass diese Eigenschaften enthält. Gehen Sie auf Aktion hinzufügen und wählen Sie die Aktion Mitteilungsfenster in Feld kopieren. Haben Sie nun diese Aktion hinzugefügt, können Sie einen Satz zusammenbauen und diesen dann beispielsweise unter Kommentare Meine Sätze in Feld kopieren auswählen. Sie können nun die nicht ausgegrauten Felder mit diesem Satz belegen und anschließend entweder Ihre Auswahl rückgängig machen oder die Auswahl bestätigen. Und nun haben Sie dauerhaft diesen Satz zur Verfügung.